Draco Malfoy Die Playlist ist hier in der Videobeschreibung verlinkt Hört euch das erste Kapitel an Und natürlich auch den ersten Teil des ersten Kapitels Um alles zu verstehen Diesmal ist es nicht aus der Sicht von Draco Malfoy Weil es diesmal ohne ihn spielt Es spielt in Hogwarts im zweiten Teil Circa zwei Wochen später nach dem ersten Teil des ersten Kapitels Also, sorry, ich krieg die ganzen Nachrichten Ja, es spielt circa zwei Wochen später Wo halt Ron, Hermine, Neville und Genie wieder in Hogwarts sind Und wir schreiben die da die ganze Zeit Und ja, ich will nicht so lange drum rum reden Here we go Draco Malfoy und der Weg zur Freiheit Kapitel 1 Der Plan Teil 2 Nach den Ferien, als ich ankam Alle immer noch in Trauerstimmung Und ich kann's verstehen Dumbledore war einer der besten Lehrer Und auch der besten, wie ich hörte, Rektoren Die es an dieser Schule gab Ähm, ich weiß auch nicht Aber ich will helfen Ich will helfen, diesen Horcrux zu finden Von dem Draco in seinem Brief an uns erzählt hat Und auch das, was Hermine, Genie und Ron sagten Leider wurde ich nicht in den Plan so integriert, wie ich es wollte Aber dennoch, ich versuche zu helfen Ich will nicht mehr der ängstliche Neville Longbottom sein, der ich immer war Ich will mich beweisen Wenn Draco sich so ändern konnte, warum denn nicht ich? Ich werde keine Angst mehr haben Ich, Ron, ähm, Luna, Genie und noch die anderen Slytherins, die noch in unsere Truppe dazukamen Haben diskutiert, wo man einen solchen Gegenstand finden könnte Wir haben in den Kerkern gesucht In jeden der Türme Selbst im Verbotenen Wald Aber wir fanden einfach nichts Was ist, wenn es gar keinen Horcrux an dieser Schule gibt? Vielleicht war dieses Tagebuch das einzige Wer weiß, ich habe keine Ahnung Aber möglicherweise könnte dieser Gegenstand nicht möglicherweise in Snapes Besitz sein? Ich meine, er ist doch ein Todesser Er war doch derjenige, der Dumbledore getötet hat Er hat dem dunklen, äh, der hat dem dunklen Lord Treue geschworen Nur er kann es doch haben Deswegen werde ich Neville Longbottom, Professor Snape, beschatten Koste es, was es wolle Ich habe keine Angst Nein, auch wenn die anderen sagen, die Slytherins sollen es machen Aber, 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 aber Ich will auch was tun Ich will mich auch als Hilfreicher erweisen Ich muss es tun Ja, genau Ich, Neville Longbottom Oh Mann Ich habe doch ein bisschen Schiss, aber Ich muss mich dieser Angst stellen Vor allem, Professor Snape war meine größte Angst Und die ganze Zeit Aber, nein, 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 ich habe keine Angst Ich würde, Snape, beschatten Ich würde ihm sogar das Handwerk legen, sollte es soweit kommen Ich habe durch Professor Slakorn auch noch erfahren, wie man einen Horcrux noch zerstören könnte Und zwar durch Cobalium Cobalium ist ein Metall, das Kobolde halt herstellen können Und wenn ich so eine Art Messer oder ein Schwert finden könnte Oder irgendetwas Spitzes aus Cobalium Dann könnte ich, wenn wir diesen Horcrux finden, zerstören Genau Aber wo finde ich so einen Gegenstand? Ich sitze hier gerade in der Bibliothek Lese alles und bin in Gedanken versunken Und denke alles über alles nach Ja, genau, und rede halt irgendwie in Gedanken mit mir selbst Was schon ein bisschen traurig ist Und, 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 Mann, wieso bin ich so nervös? Ich... Oh Mann Hallo Neville Ich schreckte aus meinen Gedanken aus Und dann sah ich Luna, meine Freundin Hey, ähm... Hallo Alles in Ordnung? Du siehst irgendwie mitgenommen aus Haben dich die Mini-Hüpfer gebissen? Deren Bissen solltest du ausweichen Du merkst es nicht mal, aber dann wirst du wahnsinnig Nein, Luna Fängt das jetzt wieder an? Mich haben keine Mini-Hüpfer gebissen oder mich besprungen oder sonst was Ich weiß nicht mal, was ein Mini-Hüpfer sein soll Es sind kleine Hüpfer Deswegen Mini-Hüpfer Ja, nein Mich beschäftigt was anderes Ist es dieser Horcrux? Ja Und nicht so laut Du weißt doch Sie... Sie können uns zuhören Wer denn? Die Slytherin Oder noch schlimmer Snape Oder vielleicht Todesser Ich bin mir nicht sicher Dieses Jahr ist es irgendwie komplett anders Ich weiß schon Das sind Mini-Hüpfer unser kleinstes Übel Ja, Luna, Mini-Hüpfer sind unser kleinstes Übel Deswegen bitte Schweige Oder rede leise Tut mir leid, Neville Was ist denn... Ich blick da nicht ganz durch Sollten wir Angst haben? Denn ich habe Angst Auch wenn man mir es nicht anders sieht Was wenn Draco es nicht schaffen würde Und Harry stirbt Und... Mach dir keine Gedanken Wir kriegen alles hin Ja, Neville Bewahre Mut Alle haben Angst Ich muss stärker sein Genau Ich muss Stärke zeigen Süße, ich muss jetzt gehen Meine Schicht weckt an Ich muss Snape beschotten Sei aber vorsichtig Ja, ich werde vorsichtig sein Versprochen Ich ging von der Bibliothek los Über die großen Treppen hinweg über die Eingangshalle Und dann die Kerker entlang Und da standen sie Todesser Vielleicht noch junge Todesser Aber... Das waren sie doch Sie waren doch mittlerweile Todesser geworden Die Slytherin meine ich Als ich an ihnen vorbei ging Schauten sie mich alle mit einem mir unbekannten Gesichtsausdruck an Das war, als würden sie mich mit ihren Augen töten wollen Hass, Zorn, Verachtung So... All diese... Emotionen Im negativen Sinne Die mir das Blut in den Adern gefrieren ließen Dennoch, ich zeigte keine Schwäche Ich ging an ihnen stumpf vorbei Dann rief einer von denen Na, Longbottom? Wie geht's denn Malfoy, dem Blutsverräter? Hat ihn der dunkle Lord schon Sein Gesicht Von seinem Kopf geblasen? Oder hat deine missratene Freundin Den dunklen Lord Angst gemacht Mit ihren Gerede Über die Mini-Schlüpfer Oder Mini-Pipper Wie auch immer Die hat doch echt einen Schaden Sie lachten Sie lachten Luna aus Draco, Harry und auch mich Und... Ich weiß, ich hätte Ruhe bewahren sollen Aber ich konnte nicht Niemand beleidigt meine Luna Ich drehte mich um Und schrie ihn an Halt deine blöde Klappe, McOwen Und was wenn nicht Longbottom? Was dann? Wir sind hier Zu vielen Hier stehen mindestens 10 Leute Von dem Hause Slytherin Die keine Blutsverräter sind Oder Keine Weasley sind Die schon seit über Generationen Den Titel Von Blutsverrätern haben Und du bist Alleine Ich ging auf ihn zu Und packte ihn am Kragen Die anderen Slytherin Zückten alle ihre Zauberstäbe Ich tat es ihnen gleich Und richtete meinen Zauberstab Direkt auf McOwen Keine Bewegung Keine Bewegung Von Keinem Also, Fitz Nenn mich nicht Fitz, du Schnauze halten McOwen Ich nenn dich, wie ich dich nennen will Klar Wenn du noch einmal Meine Luna beleidigst Dann ist es mir egal Ob es ein unverzeihlicher Fluch ist oder nicht Ich würde dich mit dem Kruziatus Quälen, bis du von alleine Suizid begehst oder sowas Haben wir uns verstanden? Diese Kraft Woher nahm ich die Bluts? Ich weiß es nicht Mit der Freundschaft Also mit der neuen Freundschaft mit Malfoy Wurde ich mutiger Wurde ich etwas Zorniger, vor allem wenn es um Luna geht Manchmal ist sowas gar nicht mal schlecht Wenn man ab und zu mal die Beherrschung verliert Natürlich in Grenzen Ich bin ja nicht Malfoy Hey Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen Als ich McOwen Stimme hörte Ich hatte ganz vergessen, dass ich ihn immer noch in meinen Händen hielt Also am Kragen Ich ließ ihn los Und schaute ihn nur wütend an Dieser und auch seine Slytherin Kollegen Hatten irgendwie Schiss bekommen Und das von mir Was war das bitte Longbottom Halt deine Klappe Okay? Ich hab dich gewarnt Machst du das noch einmal Bist du dran Ja ja schon gut Aber Lass uns einfach in Ruhe okay? Ey was tust du denn da McOwen? Bring ihn doch um Jetzt! An deiner Stelle würde ich die Klappe halten Mädchen Was willst du denn jetzt Crab? Merkst du nicht? Wie er drauf ist? Er würde uns bestimmt alle vernichten Er wurde soviel ich weiß Von Potter trainiert Und ihr wisst ganz genau Potter ist nicht zu unterschätzen Ja gut Ja okay Verschwinde Longbottom Ja Hau ab! Ich wollte gerade sowieso gehen Schönen Abend noch Ich verließ sie Danke an Crab Sonst wäre es wirklich noch Eskaliert Kurze Zeit später Bemerkte ich Dass Snape rausgekommen war Und Es alles mit angehört hatte Mr. Longbottom Kann ich sie kurz sprechen? Ja Professor Snape Ich folgte ihm in seinem Büro Und dann fing er an mir Fragen zu stellen Was genau sollte das gerade Hier in den Kerkern? Ich Habe nur meine Freundin verteidigt Sir Ach ja Und was hat dich überhaupt hier in die Kerke verschlagen? Die meisten hier sind Todesser Mir egal Ich habe keine Angst vor den Todessern Ich habe auch keine Angst vor ihnen Ganz bestimmt nicht vor Dumbledores Mörder Oh Wollen wir frech werden Mr. Longbottom? Wenn ich Wenn ich sie umbringe Dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch ein Held Mich umbringen Mr. Longbottom Wissen sie überhaupt Wer ich bin? Ja Einer von Voldemores Arschkriechern Ich sehe Sie haben wirklich keine Angst Nein Habe ich nicht War das gerade Klug? Snape zu bedrohen? Verdammt Ich habe mich zu sehr reingeritten Schon mit der Sache mit McOwen Verdammt Was mache ich denn jetzt? Wenn er wirklich Wenn er mich jetzt wirklich vielleicht umbringt Oh ne oder Die Operation gefährdet wird Jetzt wird Snape uns im Nacken sitzen Was habe ich nur getan? Hören Sie Mr. Longbottom Ja Professor Ich Möchte Ihnen nicht zu nahe treten Jedoch Hüten Sie sich Todesser Sind hier überall Und ich meine nicht nur die Slytherin Die mit denen werden sie wahrscheinlich sogar fertig Aber Mit den anderen die bald hier sein werden nicht mehr Mir stockte das Blut in den Adern Er hatte auf jeden Fall nicht von sich gesprochen Sondern von den anderen Irgendwas wird passieren Verdammt Den Horcrux müssen wir dringend finden Ich verließ sein Büro und rannte schnell in den Gryffindor Gemeinschaftsraum Und da berichtete ich alles Hermine, Ron und Genie Luna wird es auch noch erfahren Ich weiß zwar nicht genau was passieren wird Aber eins ist auf jeden Fall sicher Wir müssen Harry, Draco und Pansy informieren Wird ihr einen Brief an Ja wir sind schon dabei Ah Danke Genie Ich gehe jetzt ins Bett Ok gut schlaf gut Ruhe dich aus Hermine Was sollen wir denn schreiben Ich habe keine Ahnung Aber uns wird auf jeden Fall schon was einfallen Genie Das will ich doch hoffen Aber Eine Sache ist hier noch ungeklärt Und die wäre Wo ist mein Bruder Ich habe keine Ahnung Ich habe ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht Ja, gehen wir nicht vom Schlimmsten aus Aber Es ist schon komisch, dass wir ihn jetzt seit Montagabend nicht mehr gesehen haben Irgendwo musste doch der Horcrux sein Irgendwo, ich muss ihn finden Draco verlässt sich auf uns Oh Mann Das mache ich denn Voldemort wird immer stärker Und wir haben immer noch nicht alle Horcruxe Klar, es sind nur zwei Wochen Aber Wir müssen doch was tun Verdammt Warte Hier im Raum der Wünsche ist doch auch ein Kamin Ich rufe Draco an Hey Draco Ich zündete Das Kaminfeuer an Und Telefonierte Oder habe versucht Draco durch ein Kaminfeuertelefonat zu erreichen Komm schon Draco, geh ran Das ist wichtig Wer schreit denn hier ins Kamin? In das Kamin Pansy Korrigier mich nicht Ron Ron Ronny Hey Schatz, ich Ist alles in Ordnung? Warum rufst du an? Äh, es ist etwas passiert Was denn? Was ist denn passiert? Äh, Neville Ich, äh, hab als ich halt auf den Ländereien war, mich mit Hagrid unterhalten habe Und ihm halt beim Aufbau seiner Hütte geholfen habe Ähm Ja, was denn? Dann kam Crab und hat berichtet, was Neville angestellt hatte Er hat ein Slytherin, also eines dieser Todessergesindel hat er, naja wie soll ich sagen, bedroht Und dann war er auch noch frech zu Snape Was? Ist der denn komplett von einem guten Geistern verlassen? Das habe ich ihn noch nicht gefragt Ich war schon lange nicht mehr bei den anderen Ich suche die ganze Zeit nach dem Horcrux Und, naja, Hagrid halt bei dem Aufbau seiner Hütte Deswegen war ich nicht so oft im Schloss Ich habe im Wald gesucht Am See, überall Und dann kam mir ein Gedanke Welcher? Was für ein Gedanke? Was, wenn dieser Horcrux im Raum der Wünsche ist? Ähm, es muss auf jeden Fall etwas Sein, was Ravenclaw gehört Ich habe Professor McGonagall mal gefragt Schon etwas länger her Weil wir haben doch hier Embleme Und alles mögliche Und ein Adler steht für das Haus Slytherin Als wir im fünften Jahr schon mal hier Äh, hier im Raum der Wünsche waren Hab ich etwas gesehen Und was? Eine Art Symbol Also das Ravenclaw Symbol Und, naja, ich glaube das ist dieser fehlende Horcrux Bestimmt wurde es von Voldemort selbst dahin platziert, damit er es findet Sei nicht albern, Ron Wieso denn albern? Ich meine, Ron Das, der Raum, der Raum der Wünsche Er verändert sich immer wieder Nur Voldemort selbst weiß In welchem Dieser Raum der Wünsche Er es versteckt hat Und wieso habe ich ein Symbol gesehen? Vielleicht ist es ein anderes Symbol, Ron Finde ich aber nicht, ne? Ich glaube genau das ist das Und Bist du dir da sicher? Ja, ich finde den Ich werde ihn finden Das ist das Einzige, was ich anmerken wollte Gib es an Draco und Harry weiter und Grüß, Katie Ja, okay, werde ich machen Pass auf dich auf Ich liebe dich, Ron Ich dich auch, Pansy Maus Und so suchte Ron weiter Wo möglich Pansy informierte mich darüber Und ich schrieb es wie immer in mein Tagebuch Alles mögliche, was passiert Schreibe ich Ihnen nieder Und eines ist sicher Voldemort ist dran Und wenn der Horcrux wirklich im Raum der Wünsche ist Dann haben wir noch eine bessere Chance zu gewinnen Und ich, Harry, Pansy und Katie Widme uns, Nagini Ich werde dich Drang kriegen, du nasenloser Wichser Voldemort ist Geschichte So, das war der zweite Teil des ersten Kapitels Es kommen noch ein bis zwei weitere Teile des ersten Kapitels Und dann fange ich ab Circa März bis Mitte März Also, Anfang März bis Mitte März Mit dem zweiten Kapitel an Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ihr bleibt weiterhin dran Und auch wie bei der ersten Staffel Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt an der Story Oder Ideen, was passieren könnte Dann schreibt es mir doch in die Comments Und ich sag dann, wie immer Mein Standardtext Creep like Daumen nach aufgeben Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Das Video teilen, die Geschichte teilen, damit es sie jeder sieht Und haut raus, bis der Ende, ciao! PS, hier kommt ihr auch zur Playlist der zweiten Staffel Und auch Playlist der ersten Staffel Und ein Abo-Knopf, um nichts mehr zu verpassen Und auch das letzte Video, was ich hochgeladen habe Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!